so freunde willkommen zu diesem video wie gesagt im moment bin ich in london oder manchester 1 zum beiden ja aber ich lasse euch nicht alleine und wir schließen jetzt mein nächstes video an an das video wo ich über die team zusammenstellung gesprochen habe wie ich da vorgehe und das ist jetzt praktisch da haben wir den theorietest gemacht und jetzt machen wir noch einmal den im praxistest also wer jetzt nicht so oft meine meine kriegsvideos guckt oder so der aufmerksame zuschauer werden das da schon schon merken wie das da funktioniert aber hier machen wir das jetzt noch mal zum untermauern praktisch so praktisch zum untermauern und wir gucken einfach mal wir machen ein paar parades und testen das einfach mal da ist natürlich direkt dieser dreckige hund dabei ne okay wir fangen an wir gucken dass wir jedes team mindestens einmal irgendwie gemacht haben hier in dem fall gucke ich ich brauche ein boni entferner sowohl für bastel als auch für den hund alternativ könnten wir natürlich auch dieses team nehmen wenn wir die sieben lilanen kriegen dann neutralisieren wir eigentlich auch nicht den hund das ist das problem den kannst du nicht neutralisieren selbst wenn du elna da drauf machst und da ist immunität gegen boni der clean teil zuerst das ist die scheiße er klient und macht dann seinen seinen murks das heißt du musst ihn eigentlich vorher kaputt kriegen in dem fall wir nehmen jetzt einfach dieses team brauchen sieben grüne um zu killen wenn wir sieben grüne matchen können haben was eigentlich schon ganz gut in der tasche so und jetzt sehen wir hier in die sieben steine jetzt ist schon mal erstmal so der erste leiten die kleine erleichterung ist jetzt schon mal da wir sehen ich habe hier ein vierer match und ich habe hier ein dreier match so jetzt kann ich mir überlegen wenn ich natürlich das vierer match hier mache dann gehen die beiden hoch und ich habe direkt das dreier match zusammen alles in einem move wenn ich das mache die bombe geht hier hin dann geht auch gleichzeitig der rote hoch und die anderen gehen auch hoch das heißt wir kriegen hier auch noch zwei rote matches will ich das ist viel bewegung müsste mal überlegen ich würde jetzt einfach mal sagen wir machen das aber die sieben das schöne ist jetzt wir haben jetzt hier auch noch gleich gelb nochmal in grün da ich ja mit dem hund nicht klarkomme dieben steine und wir killen eine seite außer den hund ja kammer ist also ich kann ich kann ich nicht auf anhiebe siegen aber das ist halt auch weil das ist ein defensiv monster der hat viel leben das ist so dass manchmal bleibt dann halt einer stehen aber guck mal wie viel denn nur noch hat den muss ich wie gesagt nur noch einmal anpusten dann ist der in der regel ist der weg jetzt haben wir hier dann noch mal grünes match gekriegt das ist sehr gut so weg ist er jetzt haben wir wieder durch die sechs gerade hier einer war gegostet und die drei jetzt da immer wieder bei sieben und wir brauchen unsere supporter gar nicht an relativ entspannt gewonnen mit einer farbe das team hat es eigentlich jetzt gut geschafft so das ist jetzt interessant jetzt haben wir hier water pipe da habe ich ja zwei spezielle teams das und das wir nehmen jetzt mal das wir gehen da jetzt auch einfach quer durch den turm durch ist egal was kommt ich habe schon zu jedem habe ich schon irgendwie bin ich was finde ich ein gegner und hier sehe ich jetzt schon ich habe sehr viel gelb wenig rot aber damit kann ich ein bisschen was anfangen indem ich jetzt zum beispiel hier die drei gelben mache oder hier ich nehme die gelben das ist egal das wäre sogar hier theoretisch besser weil dann bringe ich auch zwei rote nebeneinander das wäre die eine möglichkeit jedenfalls brauchen wir sechs wenn wir sechs steine haben dann haben wir nemesis an wenn wir vorher halt noch in water pipe rein spielen können wäre gar nicht mal so schlecht weil dann ist ja wahrscheinlich wenn wir sechs steine haben nemesis und topaz dann ist er weg wir haben natürlich hier auch noch vier ich würde es aber wahrscheinlich tatsächlich so machen wir da drei haben jetzt guck mal jetzt können wir gleich sogar hier die spielen und haben dann sogar noch ein rotes match die beiden würde ich mir hier eigentlich gerne zusammen lassen deswegen spielen wir jetzt mal den haben wir nemesis und topaz dann können wir nemesis feuern gut geschenkt ja das war wieder wie wie viel zehn prozent zehn prozent direkten schaden auf 1 das ist natürlich enorm ärgerlich weil das war 800 bis 900 damage eigentlich aber naja was passiert dann mit water pipe manchmal nichtsdestotrotz müssen wir jetzt gucken dass wir noch mal gelb kriegen weil wir haben ja aufladungshelden das heißt wenn gleich minions kommen kann es sein wenn wir topaz vorher auf stufe 2 haben dass topaz auf stufe 2 bleibt ja sagen wir gucken mal dass wir hier vielleicht gelb hinkriegen das ist sehr gut so und jetzt ist natürlich die sache water pipe minions spielen uns ein wenig in die karten so sie ist auf zwei so jetzt gehen wir hier hin zum beispiel und klauen die ganzen minions und kriegen mana dazu so das hat jetzt nicht so viel geholfen dass wir da irgendwie was machen konnten aber war schon mal nicht schlecht so jetzt müssen wir nur gucken das board gibt nicht viel her wirklich nicht viel ich könnte hier rot und rot connecten eventuell wenn hier noch was kommt aber das ist auch nicht so wirklich was gucken wir mal hier vielleicht kommt da ja gelb hatte ich gehofft okay jetzt haben wir da wieder aber wir haben zum beispiel jetzt ruby an und können mal gucken da kommt dann june das wäre jetzt nicht so geil die anderen kommen halt auch gleich die frage ist was tun wir als nächstes ich würde wahrscheinlich sagen wir werden den blauen diamanten machen dann lösen natürlich in dem fall wenn wir pech haben water pipe panther und june aus das kann wehtun müssen wir mal gucken weil wenn ich jetzt ich jetzt ruby hier auf june mache obwohl da geht kein stein hin dann könnten wir uns den nur diese runde sparen so das geht ja nur in water pipe und den panther ein so sie hat jetzt dann natürlich kassiert das ist nicht so toll okay das war nicht schlecht aber ich sehe das tt sherry jetzt da hinten ihn laden wird und er feuert dann auch an ne er feuert noch nicht okay so wir können ihn killen wenn wir machen ich würde jetzt sogar theoretisch sagen ah guck mal wenn ich gleich den lila diamanten mache dann geht das hier das in das rote match würde womöglich sagen wir hauen ihn erstmal raus so und mit nemesis gehen wir auf tt sherry machen hier den diamanten in der hoffnung dass wir hier auch an gelb kommen so und jetzt kommt der clou drei geghostete machen nemesis voll wir haben hier rot ja ich haue sie weg glaube ich aber ich habe dann ruby an das wir machen das mal so und so und dann haben wir durch geschwindigkeit gewonnen das ist halt dann auch der vorteil im endgame die sind halt relativ zügig geladen drei geghostete das kriegt man relativ einfach hin oder zwei dreier matches und dann mit so viel massiven damage das ist schon ordentlich ne so hier haben wir Uda und Zunge Herr Marf guck dir das mal an der macht wenigstens Zunge nehmen wir das team auch sieben steine sieben lila ne das sieht natürlich jetzt nicht so geil aus aber wir gucken mal können wir was mit grün machen erst mal nicht da hatte ich schon mal drei grüne schauen wir mal ob wir hier ja hier kommt noch nicht so viel zusammen also hier müssen wir auch erst mal ein bisschen kassieren glaube ich so hier ist jetzt der vorteil hier werde ich jetzt den diamanten gleich machen den roten dann ist zwar Uda am start aber wir kriegen diese vier grünen zusammen und wir hatten drei schon das heißt mit den vier zusammen haben wir sieben Toxikandra ist am start so jetzt nehmen wir uns den mana boost so wir hatten jetzt hier schon ein dreier match in lila na jetzt machen wir die vier hier dann haben wir unsere lila und du siehst da war jetzt der hast du gesehen die hat einen kleinen kleinen rest und jetzt natürlich dann nicht mehr weil da kam die moderate menge mana so jetzt machen wir den dodge an ja ausgewichen okay wir machen panther panther und busted gucken wir mal wer noch übrig bleibt im endeffekt hier er konnte er ist permanent ausgewichen zunge hatte mehr leben deswegen hat er überlebt gut und sie ist auch einmal ausgewichen ne aber die haben jetzt ja super geh auf den panther genau die haben jetzt natürlich alle nicht mehr so viel leben außer er der allem ausgewichen ist wie auch immer er das gemacht hat aber man sieht halt das war jetzt im endeffekt ein match dann nachdem die lilan announce gelöst haben fünf gegen drei wo zwei so gut wie tot waren also auch nicht mehr wirklich der rede wert jetzt haben wir moderate menge mana gut wir haben sowieso noch lila wir haben hier schon mana sonst wären die jetzt auch voll gewesen mit drei geghosteten obwohl sie sieben steine brauchen ne gucken wir mal ob das ob wir ihn treffen wahrscheinlich dodge der zweimal ja he 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 das ist ein Arsch ja ok ja dann haben wir jetzt halt die Möglichkeit wir müssen jetzt warten du siehst immer wie das das mana da immer weiter tickert ne ja ja quasi hat auch mana gekriegt obwohl kein kein grüne steinchen irgendwie geghostet wurde und das ist halt die der vorteil von toxikandra und dann ist sie nämlich jetzt auch mit drei geghosteten wieder voll ja und afania es geht mir halt gerade enorm am keks ne wenn ich mal ehrlich ja filmen wir mal mit steinen so war auch relativ entspannt 7 day assassins ah interessant dann nehmen wir jetzt mal dieses team das braucht jetzt ein bisschen länger gucken wir mal ist jetzt auch nicht optimal lang gepasst hier an den gegner oh puh ok das ist natürlich auch äh nicht wirklich viel was wir hier kriegen ja ne man sieht schon dass diesmal jetzt was was nicht sein soll werde jetzt auch mal hier ein bisschen bewegung reinbringen weil ich ich komme ja sonst zu nix hier kulao direkt raus geschallert gut aber das liegt hier nicht am team sondern eher daran dass wir hier gar nix gekriegt haben wir feuern ihn jetzt einfach mal auch wenn es keinen keinen sinn hat weil er der dodge ist und die wahrscheinlich eh alle dodgen also da war natürlich jetzt in dem fall war das traurig war ein trauriges board und haben wir noch nicht mal topas angekriegt haben wir gar keinen angekriegt wenn man noch nicht mal einen aufladungshelden ankriegt ah je dann ist echt was im argen das war echt hier dann ist echt schlecht so hm ich würde gerne das hier eigentlich machen das alles nochmal so ein bisschen weiter nach oben zu kriegen ich habe gleich meine lilanen an das ist gar nicht mal so schlecht so mache ich das nämlich alles mal weg wir machen jetzt selber unseren dodge an jetzt gucken wir mal wie wir hier das am besten hinkriegen einer ist ausgewichen das ist stark so guck mal hier das sind jetzt drei minions wie lange ist der dodge zwei züge noch ich probiere das mal ja das mana ist er jetzt voll geworden kulabo ist jetzt soweit voll dass er in der nächsten runde auch feuern könnte so schön ausgewichen sehr gut jetzt haben wir noch einen zug den wir überstehen müssen so okay wir feuern hier hin so ich hole mir jetzt mit von mit topaz da in den hinten den minion noch so jetzt gucke ich wo kann ich als nächstes spielen das wäre hier aber dann ist auch kufu gleich da ich würde einen auf jeden fall auf kufu legen schön dann machen wir das ruhig so weil ich müsste hiermit eigentlich porus killen können sehr schön das war jetzt ein bisschen too much so viel wollte ich gar nicht zack zack dann funktioniert das auch aber man sieht dieses team braucht ein bisschen länger er ist deswegen jetzt auch nicht unbedingt mein favorit um auf one shots zu gehen pfff pfff sorry okay nehmen wir das team gucken wie das sieht wie sich das jetzt macht okay auch schwierig aber das ist gar nicht mal so schlecht dass wir ja nicht so geile boards kriegen dann sehen wir zumindest auch was die teams einstecken können muss am blau kommen machen das so und dann bin ich auch okay ich wollte gerade sagen ich bin kurz geneigt den diamanten zu machen aber ich mache jetzt erstmal save dieses match so erstmal okay ich brauche jetzt noch ein weiteres blaues steinchen aber das kriege ich nicht so einfach ich kriege es doch relativ einfach ich mache das und dann mache ich jetzt einfach diesen hier ach komm ernsthaft musste das sein dass du mir jetzt da den diesen kobold ausgerechnet raushaust war okay so ja du kannst ruhig heilen machen wir jetzt den ritter an kommt da wieder damage jetzt haben wir nämlich den den ritter damage drauf auch sehr schön ich wollte gerade sagen er kann nicht auf 1 droppen aber er macht es die weichen aus aber dem hippo weichen sie nicht aus das heißt wir können da jetzt immer schön schnell mal eben drei steine rein gehauen und garnett es wieder an und das hippo bumm mit dem attack up vom ritter und ich brauche jetzt noch nicht mal weil da der dodge ist muss ich jetzt noch nicht mal gucken dass ich offensiv irgendwie da specials rein haue ich kann nur meine defensiven specials machen und besiege den gegner trotzdem deswegen meine ich so ein komplettes so ein komplettes supporter team mit dem hippo ist auch nicht schlecht ja so ein komplett äh mono team vielleicht teste ich das auch nochmal war vielleicht auch ganz witzig so und welches team hatten wir jetzt noch nicht das haben wir das haben wir das hatten wir das haben wir das haben wir nicht gemacht weil ich keine lust hatte leoni das um zu kostümieren dann nehmen wir einfach mal das hier das haben wir so an sich noch gar nicht besprochen weil es halt auch noch nicht komplett fertig ist aber wir nehmen das jetzt einfach mal auch weil der oberkahn ist mit ach so ah scheiße mit suku ach je der feind eines jeden blauen teams jetzt gut gut dass ich blau mitnehme aber mal gucken machen wir jetzt erstmal einen blauen diamanten und dann haben wir genug blaue meine blauen werden vorher gekillt das wäre natürlich nicht so geil ja weil da sieht man auch unterschiedlich sind sie am start ne nicht optimal aber wenn sie am start sind dann ballert das wir gehen jetzt mal mit dahin mit ihm gehen wir hier hin dann haben wir noch so weg das heißt wenn wir die blauen haben ist auch game over und wir haben halt den support vivica das das beißt sich so minimal ne siv und vivica weil vivica macht den attack down dementsprechend machen die nicht so viel schaden der dann wieder auf die zurück geworfen wird aber es geht rein um den support und da habe ich halt wenn ich einen attack down habe dann machen die nicht so viel schaden das ist in ordnung und siv ist halt auch siv ist im endeffekt dann so der der schlüsselheld mit dem gegenschlag noch nebenbei aber es gibt mir halt beides zeit weil die machen dann halt hier auch nicht viel schaden bei den helden ne auch trotz gegenschlag den die dann abkriegen und was mir dann halt auch wiederum ein bisschen zeit gibt wir haben halt so weg noch mit dem dem sand schaden und gegenangriff also der sand schaden hätte jetzt satana auch gekillt sieben punkte plus wir gehen mal noch machen noch mal eine runde friendly matches man sieht allianz quest läuft im moment nehmen wir mal hier kalli da guckt man natürlich auch ne hier lila und blau vorne nehmen wir was grünes nehmen wir was was gelbes nehmen wir grün gelb ich habe ja eigentlich für alles irgendwie was vorgefertigt wir nehmen jetzt mal dieses team auch wenn das jetzt nicht optimal ist mit dem leoni das ne da will ich ja eigentlich eher den leonidas der auf 3 geht ich glaube gelb ist sowieso nicht so geil gegen louis ne da habe ich wieder in die scheiße gegriffen meine ich ist egal so jetzt sieht man hier schön porus ist zuerst dann als nächstes würde drake kommen und dann würde erst leonidas kommen das ist halt so ein ding deswegen das ist nicht mein favorisiertes team weil die dann doch einen tacken brauchen aber jetzt sehen wir zumindest gleich mal die enorme heilung die die beiden haben so teilen wir mit ariel so und jetzt kommt noch dingens hinzu bada bumm aber weil wir übersteigen das leben 98 ok im nächsten zug ist sie weg können wir da ruhig rein spielen so jetzt kommen auch achso die kriegt ja auch noch leben dann ach das war ja jetzt richtig undankbar so dann kommen jetzt die beiden in den spiel die sind jetzt eine runde später da willkommen zur party aber die hauen halt dann doch auch ganz okay rein so bumm macht achso sie blutet vor sich hin ja gut ja gut in gewissen situationen wäre das jetzt nicht so cool in dem fall gefällt mir das dass sie da vor sich hin blutet so dann aber das mit dem team auch geschafft und war jetzt nicht die beste defensive aber es war schon eine starke defensive ich habe ja auch gegen louis gefällt mir das ja meistens auch nicht so ne und gegen dms haben wir vor kurzem ganz viel gekämpft nehmen wir mal preacher das ist auch interessant oh ja das ist echt interessant ich habe halt ein extrem gutes gefühl bei diesem team ne dieses team das würde ich am liebsten immer spielen und dieses team da da habe ich auch ein extrem gutes gefühl immer bei nur ich muss halt hier gucken ich brauche vielleicht irgendeinen der äh boni entfernen kann oder sie halt vorher neutralisiert wir gucken mal wie das funktioniert sieben lila brauchen wir müssen wir wieder zählen so wir sehen wir haben sechs hm ja das ist an sich ja nicht schlecht was wir machen können ist wenn wir die grünen spielen geht das in lila das geht in gelb das geht in blau und die hier unten kommen nach oben vielleicht können wir da irgendwas machen lass uns mal gucken ok das geht doch nicht mehr in gelb weil da was nachgekommen ist rückgelaufen ja dann machen wir das jetzt so anders kann ich es jetzt gerade nicht regeln ich muss jetzt hier über die mitte gehen um meine um meine grünen anzukriegen aber jetzt haben wir das problem sie ist ein biest oh wow jetzt siehst du gleich das was ich meine wir machen den dodge auch an von kadilen so wir ghosten jetzt und jetzt haben wir nicht lila gespielt und die panther sind am start und durch die drei geghosteten sind meine meine grünen die auch sieben brauchen auch voll weil dieser mana boost da war ne so und jetzt feuer frei das macht halt toxikandra so stark bumm feierabend hasta la vista das macht dieses team so stark selbst wenn ich nur 6 lila ne kriege toxikandra bumm na komm iglo habe ich auch immer verkackt oder häufig nehmen wir das team nochmal wir brauchen sieben grüne die tendenz wäre jetzt die blauen zu spielen blau hilft uns aber wir könnten hier eventuell sieben kriegen ich würde aber erstmal die blauen hier spielen ok jetzt gucken wir mal ob wir hier grün kriegen kriegen wir so hier haben wir jetzt nochmal ein dreier match und dann haben wir unsere sieben grün der hat einen slowdown ne anders kann ich mir das nicht erklären habe ich jetzt nicht drauf geachtet aber müsste eigentlich der fall gewesen sein ist aber auch nicht dramatisch schlimm weil wir werden trotzdem feuern weil hier geht es jetzt um immunität wenn bastet auslöst haben die beiden immunität wir haben trotzdem leute noch rausgekegelt ne also ist ja nicht so dass das jetzt schlimmer drei geghostete milena wieder am start könnte jetzt heilen gut heilen 25 prozent brauchen wir aber gar nicht jetzt müssen wir einfach nur gucken wie wir das hier am besten hinkriegen machen wir ruhig den genau sehr gut krampus an jetzt kommt der vorteil des spotters wir heilen nicht guter mann bisschen mana das war dann gibt sie ja auch oft 50 prozent chance auf der ersten stufe 100 prozent chance bei zweiter stufe ich habe gelernt ja die haben jetzt hier alle einen knacks weg was mana geschwindigkeit angeht das ist jetzt alles nicht mehr nicht mehr richtig aber vom prinzip her wir haben es ja schon oft gesehen und das ist halt der vorteil da hat man es jetzt auch gesehen eines spotters der zieht halt alles auf sich und gibt dir enorm viel zeit dann nehmen wir noch pop oh das ist auch schön wie nehmen wir denn hier aber versuchen das mal hier könnte auch interessant werden ok ja wir haben sehr viel gelb das ist sehr gut oh ok besser als gedacht jetzt haben wir topas auf 3 da können wir direkt losfeuern das haut den bastet schon raus aus den latschen und dann gehen wir einfach zu dem der am meisten leben hat ich würde jetzt einfach mal hier verliehen hingehen weil sie kann reviven das wäre wieder doof so dann nehmen wir jetzt naja gut ich habe eigentlich aus irgendeinem Grund habe ich gehofft dass sie es gibt und nicht ghosten kann aber das ist nicht stimmt so jetzt ist hier der slowdown drauf deswegen war sie jetzt nicht am start so ruby auf 2 und dann ist es halt auch vorbei da sieht man die teams die sind schon stark dann nehmen wir noch Rene Berlin Ogima ja das ist auch mal sie Boni entfernt nehmen wir dieses Team mal mal gucken wie das funktioniert wir haben zwar keinen roten Gegner da drin aber es geht haha ok gucken wir mal setzen wir uns die vier gelben dahin ok wir nehmen die hier und ich kriege leider SIF nicht an bevor bastet auslöst ok ist aber nicht schlimm dafür kriegen wir sie an bevor verliehen auslöst ok so jetzt müssen wir gucken dass wir ja gefühlt erstmal unsere ganzen blauen kriegen die haben wir nämlich noch nicht so verliehen hat sich jetzt selber gekillt jetzt hoffe ich dass äh mindest ja auch gilt das wollte ich eigentlich gar nicht eigentlich heilen ja wollte ich gar nicht ich wollte eigentlich heilen aber guck mal es steht keiner mehr es ist kaum noch einer da das ist natürlich auch ein Vorteil ne das ist der SIF Vorteil in dem Fall ja und jetzt aber auch nicht viel weiter bringt weil wir jetzt haben wir halt nichts mehr wir lösen jetzt beide aus wenn ich Glück habe trifft Elna Daha Vivica ja jetzt habe ich natürlich kein Glück ja gut hier kann ich jetzt nichts mehr machen ne das ist glaube ich jetzt auch klar das einzige was wir machen können ist wirklich Vivica heilt sich die ganze Zeit machen Attackdown permanent drauf und hoffen dass wir halt eine Monster Kaskade dann drunter kriegen und alle killen das ist jetzt so mein Plan wir kommen auch an Ugi mal ganz gut ran tatsächlich Vivica ist wieder am Start wie will man das sogar mit ihr weil sie hat jetzt halt schon extrem viel Leben ne kann ich das mal so machen ok Ugi mal ist weg hehehehe das ist schön das Team das gefällt mir Attackdown macht nicht viel Schaden also einfach mal volle Loot sie rein darf ruhig nochmal auslösen wie viel macht sie? 300 ok hat sie sich voll ausgetobt würde ich jetzt mal so behaupten und wir chillen halt ganz entspannt ne wir bewegen jetzt so viel dass wir irgendwann unsere Steine kriegen und dann Elna Daha raushauen also so ne so ne Vivica im 1 gegen 1 kannst du eigentlich kaum besiegen wenn die einmal wenn da ein bisschen gelb ist und so und du die 2-3 mal erfeuern kannst ok unfassbar ja da sehen wir der Support der Support ist grandios ja wenn da das war ja knapp hätten die jetzt nicht alle sofort ausgerüst aber wir haben Faline überlebt und wir haben Magni überlebt und ein Bastet also fast das war ein bisschen Bastet war ein bisschen too much aber hätte der nicht ausgerüstet da haben wir 2 richtig starke Specials ausgehalten und die Gegner haben sich gekillt Siff war noch am Leben mit den beiden daneben auch witzigerweise hat ausgerechnet haben die beiden überlebt die nicht bei Siff standen das war ein bisschen überraschend aber Support echt stark ja kann man nicht anders sagen und jetzt nehmen wir noch Mali zum Schluss ach wir haben keinen Angriff oh Mali ist tut mir leid nehmen wir dich beim nächsten Mal aber da sieht man die Teams sind sehr gut man muss halt dann da kommt dieses Grandiose ins Spiel man muss halt auch dann das Glück haben beim Match auf dem Board dass da ein bisschen was ist dass man das so für sich hindrehen kann aber so vom Prinzip her wir haben jetzt nochmal kreuz und quer angegriffen haben extra darauf geachtet sieben Steine hier und so weiter und so fort und wenn die starke Farbe an ist dann fluckt das und ich brauche halt nicht viele Steine ok gut dann würde ich sagen vielen Dank fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video macht's gut ciao ciao !!! assure